Ja, Claudio Scheehl hier, Versicherungsmakler und der Tipp in diesem Video ist ganz einfach. Unterscheiden Sie in der Zahnzusatzversicherung zwischen Erwachsenen und Kindern. Für Kinder sind einfach andere Bedürfnisse vorhanden, die Sie beachten sollten, als für Erwachsene. Und wenn Sie beides in einen Topf schmeißen, in eine Versicherung, in einen Tarif, dann werden Sie sehr wahrscheinlich die Situation haben, dass einfach eine Seite benachteiligt ist, pflichtenergreifend. Okay, bis zum nächsten Video, alles Gute, ciao, ciao.